Rüber Wow Was ist das? Alles wieder ok Alles ok Ach das ist ein fetter Bäääh Weg 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 Ey ich rüber Genau brenn Kopfschuss und Amboss geil Blablablablablabla Aua Blablablablabla Stick dran Nicht nachladen Coo 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 Achso wo Nicht eher Coo Ich muss mich mal ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren Aber hier ist nirgends Ah Ja Hehehe Hey hier sind noch mehr Dancing Queens Dancing Queen Bist du nicht? Bist du nicht? Versuch sparsam zu sein Je näher wir herankommen Desto härter wird wahrscheinlich der Widerstand So sieht's aus Bisschen Ahnung scheint er ja doch zu haben Nicht nur von Alk Die Stärkung Das ist ein Verstärkung Die bringen wahrscheinlich ein neues Fass für die Party Der Musik ist echt geil ey Jetzt hab ich meinen Rhythmus Jetzt hab ich meinen Rhythmus Was ist los? Ach das Ding läuft mit Akku Scheiße Auch sehr realistisch Auch sehr realistisch Dass das Ding mit Akku läuft Ich hätte eigentlich gern ein Zimmer gehabt aber Egal Ihhh Das nenne ich mal einen Tritt Boah Es ist ruhig Zu ruhig Gefangen Alleine Mit ich Mit dem verrückten Cyborg Unter Unten einem sehr unfreundlichen Personal Ich hör hier doch noch was Ich find's doof dass man nicht springen kann Zu Jetzt nehmen wir mal den Hebel Gucken was passiert Hallo? Hallo? Ach und eine Versorgungskapsel Jut Jut Ne ich glaub wir haben noch genügend Money Ja das reicht völlig Nur dann lass ich das erstmal Wow. Das Ding kann man nicht treten? Scheiße. Meno, das ist doof. Ich schiebe doch nicht alle fertig. Ich kann die nicht mehr schlägen. Ist das so doof, wenn man die nicht schlägt. Was ist das? Okay. Ich bin wieder etwas zu trinken. Ich schiebe doch auf mich. Das kriege ich noch. Nicht gut. Was jetzt? Aua! Oh nee! Bombastisch! Scheiß Terrorist! Schwinde mal! Waaah! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh doch! Komm noch mehr? Bitte nicht! Mann! Waaah! 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 Scheiße! Jaaa! Ihr habt Probleme, ich hab's verstanden. Geh weg! Waaah! Scheiße, hätt ich nicht machen sollen. Was ist das? Das ist wirklich alles unter Kontrolle. Hat mich an einen Soldaten erinnert, den ich mal kannte. Ich hab nie aufgehört, dieser Soldaten zu sein. Du warst zu betrunken, um zu wissen, was du warst. Was ist das? Was ist das? Kette mit linker Maustaste abfeuern und erneut die linke Maustaste drücken, um sie zum Explodieren zu bringen. Ah, das gefällt mir. Wo muss ich denn lang? Die Muni holen. So. Achja. Komm, Ischi. Mein Fuß. Hören Sie nicht auf die Gerüchte. Hören Sie nicht auf die Gerüchte. Was ist das? Ach so. Wieso jetzt? 21? Ja, das Spiel leckt zurzeit. Also nicht lecken. Sorry. Spinnt rum. Das ist wieder ganz schön ruhig geworden. Und eine Versorgungskapsel. Hallo. Wie heißt denn das denn? Playgun. Ach, man muss erst wirklich... erst noch was bezahlen, um das Ding überhaupt erst freizuschalten. Das ist ein Bucher. Qualitäts-Upgrade. Okay. Kommt mal her, meine lieben Schweinchen. Ich hab was für euch. Ja? Bereithalten. Ist lecker. Okay. Ein bisschen ernst. Witzig. Guten Tag, die Post. Nein, nicht witzig. Nein. Aggressiv ist keine Lösung. Ischi, das macht man so. Guck. Ganz einfach. Ganz einfach. Wie ist die Schweine auch? Wir müssen Munition sparen. Yeah. Blinde Wut. Aua. Was schieß denn da? Schnelles ziehen? Aha. Es gibt wirklich verschiedenste Arten, um Gegner zu töten. Manchmal weiß ich gar nicht genau, was ich mache. Das ist vorst so nah ist es. Danke. Hier ist das Kanon-Futter. Konzentriere dich auf der blöten Geschütze. Ach du Scheiße, Scheiße, Scheiße! Komm schon! Komm schon! Haha, geil! Ja, aber nur fast. Du sagst das. Es ist wirklich fast nur schwarzer Humor in diesem Spiel. Vor allem auch in den ganzen Szenen und in den ganzen Gesprächen. Was natürlich nicht schlimm ist. Im Gegenteil. Ich finde, man kann das Spiel schon fast gar nicht mehr ernst nehmen. Ist auf seine Weise. Besonders. Gäng, bäng. Ich sage, bäng, bäng. Bäng, 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 bäng. Bäng, bäng, bäng. Ich hab doch gar nicht getroffen. Aua! Oh, nur noch 32 Muni. Jetzt brauche ich eine Versorgungskapsel. Sie sind immer genau da, wo man sie braucht. Perfekt. Zack. 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 Ich würd gern mal die Ladung. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ja. Ich hab das. Ich hab das.